Auch die Polizei muss wieder loben, die joggt hier weiter, nicht stehen bleiben, naja, weiter joggen. Wir hatten übrigens echt coole Shirts, da sieht man euch wirklich meindeln weit, das ist richtig gut. Kaum sagt man gut, sieht man wieder ein und ein Good Shirt von der Sparkasse, sehr gut. Auch hier weiter joggen, nicht stehen bleiben, ganz locker hinter dem Team, weiter joggen, das ist wichtig, das macht er gut, super. Und wenn ihr jetzt noch ganz toll lächelt über den Ziel, dann findet ihr ein ganz, ganz tolles Finisher, auch finisher Video von euch. Ihr dürft natürlich auch alle Winken, die wir total ausschliffen, wenn ihr es geschafft habt, mit seinem Ziel. Ihr seid Teil dieses Riesen-Laufteams 68.191. Teil des Riesen-Laufteams 68.191. Ganz vor dem Ziel, da ist noch ganz, ganz viel los. Deswegen extrem wichtig, dass ihr hier im Ziel weiter joggt. Auf jeden Fall weiter joggen, nicht langsamer werden, nicht hilflich, nicht langsamer werden. 300 Meter hinter dem Ziel habt ihr es geschafft. Also noch ein bisschen locker weiter joggen. Und wenn ihr hier auf der Zielgeraden die Arme nach oben nehmt, dann gibt das super Bilder von eurer finnische Foto. Wow! 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 die ich auch nicht verdrängt. Die Omae. Die Omae. Das ist auch ein Witz. Klaue. Die Omae. 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 Joggt einfach locker hinter dem Ziel noch ein bisschen. Ja gut, ihr seid zu zweit auch noch unterwegs, ich seh's auf zwei Beinen, also alles gut ist normal, ja? Respekt. Also Maka weiter Joggen.